Ich wollte wissen, Sie haben schon erzählt, dass es eben hier, dass es sozusagen der nächste Schritt ist von dem Vorfilm, den er davor gemacht hat. Aber im Vorspann stand auch eine Literaturgrundlage, ein Buch. Darüber würde ich gerne wissen, was das war. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr zurückkehren kann. Das ist eine Ereignisse, eine Ereignisse, eine Ereignisse, die ich in der Zeit verabschiede und die Geschichte, die ich in der Zeit habe. Denn die Geschichte ist sehr lang, eine Film von allen, die nicht alle, die ich nicht so viel zu sagen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das Leben, die ich in der Zeit, 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 in der Zeit und Zeit, in der Zeit, in der Zeit, sehr自由 zu gehen. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, ich glaube, es ist ein Film, und als ein Einzelter Schausch und als Einzelter Führer und als Einzelter Führer ist sehr wichtig. Ich möchte, in diesem Film nach einer Geschichte ein bisschen zu verändern, die wir die Zukunft sehen. Das ist wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017